. Gut eingestellt auf jeden Fall. Klar. Das ist der einzige, der im Leerloch nicht klingt wie ein Sack Nüsse. Das stimmt. Arnold lief ja schon ganz gut. Mal auf einer richtigen Bahn. Ja, das stimmt. Und den Alterfahrenen kurz aufgezeigt, dass er auch frische Teams am Abend halten kann. Genau, das stimmt. Moin, wer bist du denn? Nils Harries. Nils Harries. Ach, du kommst aus Edeweg, ne? Genau. Und was machst du hier? Ja, ich wollte meinen Trecker mal zeigen. Ich habe mir einen Hobbysport-Schlepper gebaut. Eine Farm-Pulling-Serie. Und ja, darf heute hier als Demo-Pull einmal an den Haken gehen. Welche Klasse fährst du jetzt genau? 4,5 Tonnen Hobbysport. 4,5 Tonnen Hobbysport. Ja, unser Lokalmatador dann sozusagen als Demolauf in Edeweg. Richtig. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, besten Dank. Und ja, wir sehen uns später auf der Bahn, ne? Auf jeden Fall. Bis später. Jo. Alles gut. Hier haben wir noch einen Lokalmatador, auch als Demolauf von Team Bruns aus Kloppenburg. Die unterstützen auch sehr gut. Von ABC Bruns kriegen wir jede Menge Service-Schlepper. Hallo Herr Kaiser. Moin. 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 Was ist los hier? Hast du einen Puschel auf dein Telefon? Ich hab einen Puschel auf dem Telefon. Ich hab einen Puschel auf dem Telefon. Moin. Ich freu mich. Herzlich willkommen in Ede. Wetter ist gut. Wetter soll gut bleiben. Bombe. Leute sind schon ein paar da. Kurze vor drei, Alter. Was ist jetzt denn hier los? Ja, ja. Schuffer ist voll, Alter. Ja. Danke. Sehr gut. Hallo. Hallo. Wunder was du in deiner Hand hast. Hier, da kommt die Edeweg. Moin. Hallo. Hallo. Willkommen zu Edeweg. Danke. Wer bist du? Ich bin Ellie Freising. Okay. Welcher Traktor stehst du? Auf der Linie. Ich würde es gerne sehen. Show mir deinen Traktor. Das ist die große gelie. Ah, okay. Die große gelie. Ja, das ist die. Und in welchen Klasse stehst du? Die 2.5 Meter Modified. Die Licht Modified Klasse. Okay. Das erste Mal in Edeweg. Ja. Das erste Mal in Edeweg. Okay. Hoffentlich sollte es gut sein. Es ist ein schönes Wetter. Es ist ein schönes Pool. Okay. Dann sehen wir uns später auf dem Traktor. Ja. Hoffentlich sehen wir uns am Ende der Traktor. Ja. Ich denke. Ja. Good luck. Thank you. Thanks. It's very on the spot. In England, you go, can I do an interview? No. No, no. Normally that's the best way. When you come there and say, hey, hello. You have to think fast. Thank you. Thank you. Mein Freund. Herzlich willkommen. Danke. Schön, dass du es geschafft hast. Das ist schon ein Abend um 10. Ja. Hast du alles gegeben? Okay. Trecker läuft. Trecker läuft, alles klappt. Ja, das ist doch gut. Das bleibt heile, ne? Ja, hoffen wir mal. Doch. Hast du jetzt komplett einen neuen Motor aufgebaut, oder? Alles. Alles neu. Alles neu. Ja. Hast du also quasi die letzten drei Wochen in der Werkstatt verbracht, oder? Ja, nicht nur ich. Ja. Ja, das war toll. Okay. Heute noch andere Reifen. Ja. Oder? Ja. Wir machen nichts. Ja. Gibt's in Deutschland gar nicht. Okay. Genau. Also wollt ihr die heute das erste Mal testen? Das ist das erste Mal, dass die Reifen in Deutschland laufen. Ja. Sieht interessant aus. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich wünsche dir, ne? Weiß ja. Viel Glück. Danke. Viel Erfolg. Danke. Und dass alles heile bleiben, ne? Das ist das Wichtigste. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist das Wichtigste. Okay, danke dir. Danke, viel Spaß. Ja, ebenso. Ach du Scheiße. Scheiße! Anhold! Hallo! Moin. 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 Alles geil, oder was? Moin. 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 Ist das warm? Mir ist echt warm. Ist doch gut. Herzlich Willkommen. Moin. Freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Moin. Moin. Und ja, wir haben eigentlich nichts Besonderes zu sagen, außer dass wir ja, mehr oder weniger einen strammen Zeitplan haben, weil wir um elf durch sein wollen, müssen. Und ja, wir wünschen euch viel Erfolg. Uns eine gute Show. Und dass wir die Zuschauer zufriedenstellen, dass wir einen guten Wettkampf haben. Und ja, von unserer Seite aus viel Erfolg einfach. Kurz und schmerzlos. Ja, auf jeden Fall fangen wir mit den 3.5 Limits an. Dann 3.5 Modified. Dann fahren wir Demo, einmal Hobbysport, einmal Prostock. Dann Supersport 3.6. Dann wieder Demo, 2W3, Supersport 4.5 und Demo Trucks. Danach Superstocks. Nach den Superstocks fahren wir noch einmal Demo, 2W3, Postock, Supersport 4.5. Uschi? Jo. Yellow Thunder? Dark Side of the Moon? Nein. Red Evolution? Auch nein. Ja? Red Devil? Jo. Black Madness? Ja. Blue Trouble? Was? Eine kleine? Ja. Aber er ist heute der Fahrer? Ja. Aber nicht in Grimm gefahren? Grimm nicht, ne. Er ist in Grimm gefahren? Er ist mein Bruder gefahren. Aber Norbert nur. Alles klar. Ihr seid wieder auf der Strecke. On fire. Schön, freut mich, dass ihr das so sportlich genommen habt. Ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber mit dem musst du ihn einparken. Das hat man ja auch nicht so oft, ne? Ja, hoffentlich. Ja, dann freuen wir uns auf ne gute Strecke und guten Grip, vor allen Dingen. Feuer frei. Ja, alles klar. Ja. Viel Erfolg. Jo, danke. Die sehen so aus, wenn die völlig entspannt sind. Natürlich. Hallo. Tiefen entspannt, hallo. Ja, auf jeden Fall. Du, ihr habt heute gute Wetter. Hä? Ihr habt heute gute Wetter. Würde ich auch sagen, oder? Ja. Dann wollte ich anfangen. 17 Uhr. Ich muss dir leider sagen, die Schlange an der Eisdiele ist bei euch im Dorf genauso lang, wie hier am Kasselhäuschen. Die lachen mir nicht so jemand im Dorf. Nein, meine Party und den Motorsport ist ja. Gut, die können von mir aus, können die hier in Form liegen und fahren wieder hin und dann sind alles gut. Alles gut, ne? Ja, oder nicht? Da waren jetzt ganz viele Autos vor mir, die hatte ich die ganze Zeit vor mir, bis auf den Parkplatz. Bis auf den Parkplatz. Moin. Ja. Und selbst? Warm. Bedeckt aber ziemlich. Vielleicht wird's mir etwas besser dann. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser wird, ne? Müsst du noch Abnahme machen? Ja. Wie ist das zu fahren? Schwer zu beschreiben. Macht aber Spaß. Das auf jeden Fall. Und dass du das kannst, hast du auch schon bewiesen. Ja, sah so aus, ne? Ja, würde ich sagen, hast du ganz gut gemacht. Also er ist in Arnold gefahren, das erste Mal. Genau. Hat's gut gemacht. Ich finde, das hat er sehr gut gemacht. In Grimm ist er gefahren, hat's auch super gemacht. Und in Grumbach musste er fahren. Warst du nicht mit, oder was? Ich war nicht mit. Ich musste zu Hause bleiben. Ja. Aber ich finde, Mut hat er dazu auf jeden Fall. Ja. Wir haben jetzt auch jedes Mal, wo Kasper dann gefahren ist, vorne erstmal ein bisschen schwer ballastiert. Ja. Es geht vielleicht noch mehr. Aber er muss ja nicht zu Anfang ein komisches Gefühl kriegen. Und man muss sich auch dran gewöhnen können. Ja, und das kann er. Da ist das jetzt. Nächste Saison. Viel Erfolg. Danke. Und dann? Euch auch, ne? Danke. Ah, Manuel. Hi. Da rast ein Reporter. Ja. Wir geben uns ein bisschen Mühe. Okay. Okay. Cool. Okay. Cool. Hallo, ich hoffe ihr habt eine schön griffige Bahn, nicht so wie hier in Kronbach. Ich hoffe es auch, wir haben viel gemacht an der Bahn. Schön, im Frühjahr. Du bist wieder guter Dinger? Ja, heute muss er laufen. Kronbach hätte er eigentlich schon, aber da waren so betonmäßig und so heiß. Da war dann zu fett noch und überhaupt kein Grip. Der Ladedruck war auf 6,5 Bar eingestellt. Vierer hat er zusammen gekriegt. Weil er dann nicht immer läuft. Heute muss es klappen. Unser Publikum freut sich auf dich. Auf jeden Fall heiß. Ja, ich gucke ja auch schon mal bei euch auf die Seite. Und ich glaube bei den Likes, bei den Treckern, da sind wir schon ziemlich gut dabei. Auf jeden Fall sind wir auch vorne mit dabei. Und Edewech, ich meine, da haben wir auch jedes Mal immer so ein bisschen Geschichte gemacht hier. Oder? Das ist wohl so, auf jeden Fall. Nach deinem wirklich sehr, sehr, sehr ärgerlichen Pull letztes Jahr. Der Pull an sich war ja gar nicht schlecht. Der Pull war sehr gut, nur der Schaden halt ganz neu aufgebaut und jetzt wieder da für unsere Gäste. Das hoffe ich doch. Dass das heute so läuft wie letztes Jahr nur das Ende, das mit dem Happy End dann. Ja, das wäre cool. Ja. Dann auf jeden Fall viel Erfolg. Dankeschön. Und wir sehen uns auf der Bahn. Wir sehen uns auf der Bahn. Hau rein. Diesmal bleibt er auch. Ja. Hoffentlich. Du machst wieder ein geiles Video. Ja. Das kommt auch rein. Das war das. Das war das. Hahaha. Das hat er gar nicht gewerkt. Ja. 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 Ja.